Guten Morgen, wie geht es dir? Mensch, siehst du gut aus heute? Du bist großartig! Wussten Sie, dass wenn Sie immer wieder positive Gedanken haben, Sie Ihren Alltag meistern können, in allen Situationen und das hilft Ihnen in der Familie und in Ihrem Job, schlechte Gedanken, ziehen Sie nach unten, machen Sie sie nicht klein, wiederholen Sie immer wieder positive Gedanken, diese helfen Ihnen, machen Sie stark wie ein Baum. Sie werden sich wundern. Alles wird sich ändern. Ich habe schöne Zähne. Ich bin der freundlichste Taxifahrer Berlin und ich tue mein Bestes. Ich bin ein toller Kerl. Sie werden sehen, das ständige, tägliche Wiederholen positiver Gedanken beeinflusst Ihr Unterbewusstsein. Wissenschaftler haben diese Zusammenhänge untersucht und bewiesen. Formulieren Sie wieder eine Art Selbstgespräch, immer wieder vom Neuen, was Sie sein möchten, was Sie haben möchten und wie Sie Ihr Leben gestalten möchten. Ich will Musiker werden. Ich wünsche mir viel Kraft und Freude mit meinen jugendlichen Schülern. Ich will später mal eine große Familie haben. Ich will gesund leben. Ich will dieses Jahr heiraten. Ich will, dass es mir gut geht. Wecken Sie Wünsche und setzen Sie sich Ziele und festigen Sie Ihren Glauben durch Ihr Vermögen, dass Sie auch die Ziele erreichen werden. Am besten benutzen Sie Bilder und die Kunst Ihrer Vorstellungskraft. Auch bei Ihrer Arbeit helfe ich Ihnen positive Gedanken. Probieren Sie es einfach aus. Sagen Sie zum Beispiel jeden Morgen zwei oder drei Sätze, wie Sie sein möchten und was Sie an dem Tag erreichen möchten. Schreiben Sie zum Beispiel die Sätze auf und tun Sie zum Portemonnaie. So werden Sie den ganzen Tag daran erinnert. Zum Beispiel, ich bin gut, ich bin freundlich, ich habe Erfolg, der Zug ist meine Bühne. Ich will drei Menschen zum Lächeln bringen. Ich will fünf Menschen, die Stress haben, weiter beruhen. Fangen Sie noch heute damit an. Ich bin froh. Ich bin froh. Spannende Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020